Im Januar schon können wir mit dem Vorziehen der Zwiebeln beginnen. Ich habe hier vier verschiedene Sorten, die wir uns das Jahr über einmal so ein bisschen ansehen möchten. Zum Vorziehen habe ich handelsübliche Töpfe mit ein bisschen Blumenerde befüllt und die gieße ich jetzt mal ein bisschen ein. Ist das erledigt, mache ich mit so einem kleinen Holzspieß ein paar Löchlein, in die ich dann die Samen stecken kann. Wie viele man davon macht, das ist eigentlich jedem selbst überlassen. Ich mache jetzt erstmal so um die sechs Stück, da habe ich danach dann auch noch viel Platz. Die Pflanzen auseinander zu brechen, wenn ich die auspflanze. Man kann auch mehr machen, muss dann aber deutlich vorsichtiger sein, wenn man dann später die aufgegangenen Pflanzen auseinander nimmt. Das Saatgut ist meist in so kleinen Tütchen, ganz kleine schwarze Körnchen sind das. Pro Pflanzloch einfach einen Samen rein, ein bisschen Erde darüber. Und das ist dann auch schon die ganze Kunst. Für jede Sorte habe ich noch so einen selbstgemachten Einmerker, damit ich auch weiß, in welchen Töpfen welche Sorte ist. Zum Aufgehen stelle ich das Ganze einfach auf eine Fensterbank. Da reichen uns schon 15 bis 20 Grad, das muss also noch nicht mal eine Heizung sein. Schon nach einer Woche tut sich einiges. Alle vier Sorten sind fleißig am Aufgehen und zeigen auch eine gute Keimrate. Einige Pflanzen sind schon ein bisschen größer, andere noch deutlich kleiner, aber dadurch können wir die verschiedenen Stadien des Aufgehens mal sehen. Aufgehende Zwiebelpflänzchen sehen aus wie ein ziemlich dicker, hellgrüner Stiel. Dieser scheint im nächsten Schritt länger zu werden, wie wir das in diesem hinteren Bereich sehen. Danach dann sieht es so aus, als würde sich der Stiel teilen, links und rechts wie so eine Lücke, und streckt sich zunehmend nach oben, wie wir das hier sehen können. Die ganz obere Spitze, die verliert dann auch an Farbe und wirkt so, als würde sie abdornen, absterben. Das ist aber ganz normal, jedes Jahr bei allen meinen Pflänzchen, bei allen Sorten so. Da müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Mit dem März gibt es wieder ein Update zu unseren Zwiebeln. Hier die Stuttgarter Riesen, hier die Riesenzwiebeler Ilsa Craig. Genauso auch bei den roten Zwiebeln oder hier bei der Riesenzwiebelsorte Kelsey. Und an so einem schönen sonnigen Tag wie heute stehen die auch mal draußen, damit sie schon mal so ein bisschen die UV-Strahlung von oben abbekommen. Außerdem haben sie dann schon mal ein bisschen Wind und dadurch können sie sich schon mal so ein bisschen an die Freilandbedingungen gewöhnen. Anfang April wieder ein kurzes Update. Die Stuttgarter Riesen machen sich momentan am besten, die beginnen den anderen Zwiebelsorten so ein bisschen davon zu wachsen. Die Ilsa Craig ziehen da sehr gut mit, auch die haben unten eine schöne Dicke, werden auch oben raus schön kräftig. Rote Laa in diesem Bereich und der Kelsey in diesem Bereich sind noch ein bisschen kleiner. Es wäre also allmählich Auspflanzzeit. Da es aber momentan schneit und auch noch Schnee liegt, müssen wir uns wohl noch die ein oder andere Woche gedulden. Mitte April haben wir wieder bestes Wetter. Deswegen bereiten wir zum einen schon mal den Boden für unsere Zwiebeln vor und zum anderen stelle ich meine Zwiebelpflanze schon mal für zwei Nächte nach draußen, damit sie sich auch direkt an die nächtlichen Bedingungen gewöhnen. Ich hole mir hier schon mal etwas Kompost. Schöne dunkle Erde mit vielen Nährstoffen. Außerdem kann man alle paar Jahre ein bisschen Gartenkalk einbringen. Das habe ich bei diesem Stück noch gar nicht gemacht. Deswegen auch direkt etwas Gartenkalk mit hinein. Außerdem kann man auch noch ein bisschen Urgesteinsmittel mit einarbeiten. Zwei kühlere Nächte sind mittlerweile überstanden und damit sollten unsere Zwiebeln bereit sein zum Auspflanzen. So, wir starten mal mit den Stuttgarter Riesen. Da versuchen wir, den ganzen Ballen durch seitliches Drücken rauszubekommen. Dann drücken wir mit den Daumen die Pflanzen Stück für Stück auseinander. Wenn es geht, so viele Wurzelballen wie möglich. Und dann ab ins vorbereitete Beet. Erfahrungsgemäß könnt ihr die Pflanzen wirklich so tief setzen, dass sie mit Erde bedeckt sind bis zu dem Punkt, an dem sich die Pflanzen quasi gabeln. Als Abstand solltet ihr mindestens eine gute Handbreit wählen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Dadurch haben die einzelnen Pflanzen sehr viel Platz und andererseits könnt ihr auch noch schön zum Unkraut jäten hin. Für jede Sorte habe ich einen eigenen Bereich angelegt. Jetzt gieße ich nochmal kräftig ein und dann hoffen wir, dass die Pflanzen den Standort gut annehmen. Eine Woche seit Auspflanzen ist um und wir schauen mal wieder vorbei. Das ein oder andere Pflänzchen hat ein bisschen geläten, was zum einen an den vielen starken Wind lag. Zum anderen hatten wir auch mal ziemlich viel pralle Sonne. An dem Füßig aber haben die Pflanzen den neuen Standort angenommen. Dieses Pflänzchen beginnt schon wieder kräftiger, schön stabil zu werden. Mitte Mai gibt es wieder ein Update zu unseren Zwiebelpflanzen. Im Hintergrund erkennen wir auch schon, dass die Kartoffelpflanzen schön aus der Erde kommen. Hier der Blick in den Bereich mit den Stuttgarter Riesen. Die Pflanzen gehen schön ins Wachstum, verdicken immer stärker und machen einen tollen Eindruck. Das wiederum der Bereich mit der Riesenzwiebelsorte Ailsa Craig. Die sieht sogar noch ein bisschen besser aus. Wir sehen dickere, kräftigere Pflanzen, die schon weitere Holme schieben. Genauso gut sieht es aber auch bei der anderen Riesenzwiebelsorte, nämlich der Kelsey, aus. Und wenig verwundere ich entsprechend, dass auch die rote Lahr so aussieht und gut mithalten kann. Ansonsten dürfte man auch gesehen haben, dass ich den Bereich so gut es geht unkrautfrei halte und ab und zu so ein bisschen mit einer Hacke auflockere, damit das Wasser immer schön wegfließen kann. Auch mit der Juni sieht es sehr gut aus. Die Stuttgarter Riesen werden immer kräftiger, immer höher, immer dicker. Genauso auch unsere Ailsa Craig. Sehr identisch dazu Kelsey. Und auch unsere roten Lahr müssen sich nicht verstecken. Die Stuttgarter Riesen sind im Juli etwas auf Umknickkurs, zumindest in diesem vorderen Bereich. Abgesehen davon fangen sie aber auch an, schön Zwiebeln anzusetzen. Schön kräftig sehen die Ailsa Craig aus. Und da lassen sich auch wirklich tolle Zwiebeln erkennen. Die nächsten Wochen steht uns eine sehr sonnige Phase mit hohen Temperaturen ins Haus. Da kann es gut sein, dass die ein oder andere Zwiebel schon abtrocknet, außen quasi diese bräunliche Schale ansetzt. Nahezu identisch dazu der Bereich mit der Sorte Kelsey. An dieser Stelle drohen schon ein größeres Exemplar. Und auch im Bereich der roten Lahr geht es gut voran. Mitte August können wir unsere Zwiebeln ernten. Gott sei Dank brauchen die nicht allzu viel Wasser, denn die letzten Wochen, die waren echt extrem. Wir hatten den ganzen Juli über Temperaturen im Bereich ab 35 bis 40 Grad. Stellenweise sogar noch darüber hier in diesem unteren Bereich. Regen gab es eigentlich seit Juni keinen mehr. Die Ailsa Craig wurden trotzdem schön groß, hätten aber sicherlich etwas mehr Potenzial gehabt. Wenn das Wetter ein bisschen optimaler gewesen wäre, aber trotzdem wunderschöne Exemplare. Die Sorte bringt schön runde, dicke Gemüsezwiebeln hervor. Die Sorte Kelsey ist da sehr, sehr ähnlich. Allerhöchstens ein klein bisschen flacher, ansonsten ist da größen- und formtechnisch nicht viel um. Auch hier super schöne Exemplare. Die roten Lahr hingegen sind tatsächlich immer noch grün. Ich lasse die mal noch ein bisschen hier stehen. Regen soll es leider weiterhin keinen geben. Man bekommt eigentlich auch überhaupt kein Wasser mehr in den Boden. Das ist alles völlig trocken. Ansonsten hier die Stuttgarter Riesen. Deutlich flacher und wesentlich kleiner als der Ilse, Craig und Kelsey. Dafür aber etwas schärfer. Auch da sieht es auf jeden Fall gut aus. Tolle Exemplare, schön abgetrocknet. Die sind jetzt auf jeden Fall eine Zeit lang haltbar. Trotz wettertechnisch schwieriger Bedingungen eine super schöne Ernte. Das Säen klappt bei mir eigentlich jedes Jahr super. Und bringt auch immer schöne Exemplare hier vor. Im Endeffekt klappt es sogar etwas besser wie das Stecken. Ich lasse die jetzt trotzdem noch mal geschützt unter dem Haus ein bisschen abtrocknen. Dann kommen die in den Keller. Und die roten Zwiebeln, die ernten wir etwas später. Ende September ist es kalt und nass. Und es wird deshalb Zeit, dass wir die rote Lahr ernten. Das wurden ebenfalls richtig schöne Exemplare. Und die müssen jetzt natürlich noch ein bisschen trocknen. Beispielsweise unter dem Vordach. Damit die nicht zu faulen beginnen. Auf jeden Fall aber eine tolle Sorte, die zumindest der Größe nach den Riesenzwiebeln in nichts nachsteht. Trotz Extremsommer, also eine sehr erfolgreiche Saison. Seht euch mal diese Exemplare an. Mal wieder bin ich mehr als zufrieden. Schreibt mir gerne auch eure Lieblingszwiebelsorten in die Kommentare. Damit ich die nächsten Jahre noch ein bisschen was zum Ausprobieren habe.